So, Willkommen zu Papouma und Samarad. Im ersten Part haben wir die Erfahrung gemacht. Davor haben wir zwei Opfer im Büroberg gefunden. Wir bringen jetzt die Unterroute ab und dafür ziehen wir den Schutz ein. Schutz, wo ist mein Schutz? So, dann, glaube ich, ist... Ich glaube, das haben wir jetzt einen Tickslis Surfer ein. So, dann surfen wir runter hier. Dann nehme ich jetzt einen Berg herbei. Oh, hat gerade sogar erreicht. Okay. Erstmal hier. Jetzt können wir einen Tickslis ansetzen, wo wir einen Tickslis wieder haben. Hören nämlich jetzt vorne an. Hören wir vielleicht mal einen Tickslis nach vorne. Und wenn wir dann... Vorher tauschen wir so. Dann haben wir mehr... ...mehr... ...attacken, Vielfalt. Doppelkampfmarkt. Was ist irgendwas? Äh... Ach... ...eins an der Bombon, sehr gut. Dann ist ja oben schon auch noch was. Unter dem mysteriösen paar Bauben da. Ähm... Ich habe einen Hinterhalt verbreitet. Und tatsächlich ist mein Trainer in die Falle gegangen. Ich habe mir gerade erst diesen Sonnenschein gekauft. Dadurch steigt... ...mehentlichkeit um 30%. Außerdem werde ich meine Fallenkarte aktivieren. Wir spielen aber gar nicht Yu-Gi-Oh! Wir spielen Pokémon! Oh, scheiße! Fritz und Carl möchten kämpfen! ... 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 Das bringt's zuerst um. Ich würde sagen... ...erst mal... ...das Spielweg. Das war nicht so viel tief, Freunde. Das muss ich gleich... Oh, das ist oben... genau... Nee, 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 das muss ich nicht. Oh, Flammwurf. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Das war ein Voltaffer. Na gut. Toxie, nein. Schieß. Was war das? Oh, äh... Du steck auf das Ding? Du musst mal doppelstecken. Ja, das ist schon ein bisschen tiefer jetzt. Die Kombo hier. Das kann ruhig, ey. Wunder. Der Klerkler wird reißig. Die geht jetzt stärker ein. Wieso nicht am Ninja-Sein Spaß haben, wenn du nicht verlierst? Du bist bestimmt fünfmal besser als ich. Vor allem Pokémon. Nee, okay. Die Oberste ist längst tot jetzt. Ja, kann gleich sein. Abde Plus. Sehr gut. Das könnt ihr auch mal gleich... Wann, ich muss kurz einsetzen hier. Hab ich gegen den Griff dabei? Nee, jetzt Tick-Zack-Tick-Zack-Brief ist kein gegen den Griff. Äh... Und... Gift... Da... Okay, nicht... Nicht geben, sondern... Okay. Dass ich... Wer sehr viel mehr Sinn macht. Nicht. Und... Einmal Api Plus. Okay, jetzt auch mal du... Verfeierfähiger. Ich meine, ich muss mal kurz schauen, wer... Darum verdient. Bericht. Du nicht. Du vielleicht. Du nicht. Du nicht. Du vielleicht. Klein und eins. Mein Körper verändern. So. Der nächste, bitte. Ein Psycho zu sein, ist eine Frage des Willens. Mein Wille gegen... Niemand verlieren. Mein Wille gegen niemand verlieren, meine ich. Das macht mich stark. Okay. Ach Gott. Eine Herausforderung von Psycho Maximilian. Einsam für... Nein. Das ist kein... Hochlegina für TK. Das lasse ich mal anders rufen. Ich zum Beispiel... Okay, zum Beispiel... ... ... ... ... Wo denn? Stein. Das macht Ball. Ball, 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 Ball. So, 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 so. Stein. Feuer. Pörler vielleicht. Zettel. Zettel. Ich glaub Pörler sind die beste Ball da. Was ist denn da? Was ist denn da? Mal verteidigung geben. Oh Gott, beide. Dann mach mal... Doppelkick. Ins Gesicht. Na, worauf hast du denn? Was ist die Welle? Oh nein. Das ist nicht gut. Aua. Das ist nicht gut. Schnabel. Das ist nicht sehr wichtig. Schall. Also, nee. So, das hat Doppelkick eigentlich reich. Hoff ich mal. Jo. Rapp. Er ist schlecht. Hör ich mir nicht. Du bist halt. Ich hab Müller aus. Ich hab Müller aus. Du dich. Ich hab Müller aus. Ich hab Müller aus. Bei Beut. Du geh mal an. Ich hab nicht so. Ich hab nicht so gesehen, wenn ich teb. Du geh mal an. Kost. Maximilian wurde eingetragen. Ach. Scheiße. Mein ganzes Hohes ist voll. Dankeschön. Na du? Ich liebe Pflanzen-Bogmon. Hast du einen Pflanzen-Bogmon? Äh, ne, noch nicht. Möchtest du ihn zu schnell ersetzen? Natürlich. Guck mal so irgendwas. Ein Weg. Okay. Kannst du auch noch mal irgendwas schönes? Ein Weg. Schön. Na, ihr beiden? Pyroberg, wo die geisterte Pokémon ruhen. Und deine Pokémon auch. Hehehe, joppelil. Dumme... Schnappe. Ist nicht nett. Ist gewonnen, kein Träner in ihr. Lass sich meine Pokémon gegeneinander antreten. Dabei schaue ich ihnen zu. Ah, seid so lustig. Und wir laufen fahren mit den Kämpfen. Mit Zwirlicht und Sengu. Okay. Da möchte ich noch keiner mehr wechseln. Also du kannst ruhig... Also du wechselst jetzt mal zu... Enya. Und du machst mal Double-Kick auf das Vieh. Und du musst noch mal drüben. Und du musst noch die Bombe. Oh! Kannst du noch mal drüben? Und du hast die Bombe. Halt's dir erst mal. Also ein Jahr noch Modus auf das Ding und ich mach mal... ...heal'n. Dann ist es bei Frank. Oh, sieh. Ja, die Heal'n gut ist garan. Ich hab' jetzt... Giftblick, oh Gott. Wehe, ich giftet mich. Ach, Paulisieren. Ich hab' auch nicht durch. Ach, nicht das mal hier. Ähm, du hast nur... ...schwein' Fehler. Wenn du durchkommst, natürlich. Wo? Guck mal, da war ich Leveln. 30. Oh, nicht auch geflüchtet. Nein! Boah, Doppelpaare und... ...Verwirrung. Wer hat es zu gewert? Wer hat es zu gewert? Wer hat es zu selbst? Ja. Warte, klar. Warte. Mach mal... ...biss... ...schlitz. Du musst mal... ...Feger! Los, Kyrin, beiseite! ...weine... Was, Tunnel, die! Nerde, Kishrave! Toast... ...Bladder, in der Erde? 1 Sekunde. Oh, ich war mit Leben. Mit Leben, ja. Wie mag ich deine Pokémon? Okay. Dann... ...catchel uns mal jetzt Pokémon hier, wie ich sag. Jollo. Wohin das ist? Was zur Hölle? Da ist ein Bingo hier. Na gut, was soll's. Man, aber ich kann's ja nicht kämpfen hier. Das kann mal schön... ...rollop... 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 ...boschal. Nein, lass es sein. Oh, ich kann mich ja nicht verwenden lassen. Hä? Oh Gott, ich fürchte heute nicht. Zu sehr. Oh Gott, bitte ich töten. Ja. Scheiße gelaufen. Aber das Pokémon hätte ich eh nicht soo... ...gewollt. Auch wenn uns ein paar Pokémon fehlt jetzt wohl auch weg. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Oh, ich weiß nicht, was ich hab. Weißt du wissen, wie stark du bist? Ich werde dich testen. Okay. 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 Ein Kiefer... Das wär auch nice gewesen, aber... Nö. Äh, weiß nicht, war einfach nicht. Okay, das ist ja nicht tief. Ich weiß ja. Dumme Träne. Nö, da war kein Lust. Ähm, das macht mal, äh... Ich muss sagen... Kaminer, du hast zum Zeug noch einzige Hoffnung hier. Gute. Mega. Lass mal... Feuer, oder? Das ist effektiv. Das ist echt effektiv, klingt nicht, ey. Okay, Paul, es sieht jetzt schon mal was. Durch den. Nein, dann nicht. Manchmal... fliegen. So. Den uns jetzt holen Sie ein. Das ist auch nicht mehr tief. Alter, was ist effektiv gegen dich? Gar nichts, ey, was. Klische. Oh nein, ich hab mir nicht so... Oh Gott. Ne, das ist sich nicht eigentlich gerade. Wind. Hat noch ein bisschen aus... Keine. Aua. Oh Gott. Warte bitte. Ach, ist kaputt. Ganz schnell. Kannst du so gern... So, wenn du... Möchtest... Ist mega... Oh ja... Kannst nicht eingreifen. Los, mach jetzt. Oh Gott. Mach jetzt. Dankeschön. Das ist effektiv. So. Das ist kaputt. Ähm. Wenn du... musst du kurz hinhalten, musst du euch anheilen. So. Du musst mal... Erstmal... Ein paar Heiler. Mehr Nadel. Und manchmal... Ein noch. Oh nein. Mach zu uns langere Trittons. Fliegen. Du musst jetzt... Den... Schlitzer. Och. Bitte. Passt du schneller als ich? Obwohl ich... Rucksack geben habe? Please. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt aber. Roselia. Das kann man heute machen. Ja, Tanzraum. Das ist Roselia. Das muss auch sterben. Deine... Feuer, Feuer! Mega... Vuel Vögel. Horje. Rrrrrrrrr... N blessing. So, kaputt. Du hast Glänzt nicht abgeschnitten. Weck. So... Jetzt kommt ich nach dem Maul. Und? Was geht denn jetzt? Ein Kuppet? Nein. Okay. Da kann man kein Abend erleben. Bisschen kommen. Folli-Huschen fertig. Falsch, da ist einer. Nächstes Mal kurz alle möglichen Pokémon heilen. Blablablablablabla... Was ist denn mit der Heilung? Ein Übertrank für dich. Ein Übertrank für dich. Und der nächste Träger kann kommen. Also du da. Du hast aber eine große Sammlung an Orden der verschiedenen Arenen. Das heißt, dass du diese Orden auch zurechtzweckst. Na gut. Du bist... Dennis. Oh Gott, fünf Pokémon bist du. Wahnsinnig. Bisschen Patermall und Ben. Äh... Falsch. Hast du mich erinnert? Du hast jetzt von eben... Äh... Zügt der... Ein Leiter... Ein Pokémon oder so. Würde glaub ich sogar hinkommen. Oder? Wie viele Leiter kommen noch? Zwei glaub ich nur, ne? Hat das schon... Zeichworten? Oder? Weiß grad nicht. Geklack Leand. Ich werde dich umbringen. Ähm... Was ist da mit tiefliegen? Wo nochmal? Äh... Ähm... Kloxia? Ähm... Ich guck mal. Ging gut. Ist noch etwas effektiv. Ähm... Ich... Ah ne, ist er Pflanzen. Ich... Na dumm schon. Oh nein, nicht ein Wütteln. Das kann ich bedecken. Huch, hat keine Wirkung. Stirb, mein Kind. Heile dich doch. Stirb. So, ein Volltreffer, der nicht nötig war. Und jetzt noch ein Walbear, das ganz... Du, eigentlich noch mal. Ähm, nochmal... Klischau. Klischersack. Ja, das ist ein guter Schaden. Aua. Warte mal, bin ich ja schon. Soll ich ja halt, falls da noch mehr Top-Generungen hat, dann... ... hab ich nicht so eine Chance, dass ich ihn wollte. Dann bin ich noch ein Neton. Äh... Warte mal, ich bin noch halb roten Pokémon. Dann sollte das nicht so viel Schaden machen bei mir. ... 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 effektiv... ... aber... ... kein Weg, äh... ... und mal... ... was ist effektiv die Elektro... ... sch 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 sch... ... und guck... ... Boden hier aber... ... aber Boden eigentlich... ... und mal... ... was weiß ich... ... sch 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 sch... ... sch 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 sch... ... und da darf ich nicht... ... unerfektiv sein... ... aber doch... ... doch, ne... ... okay... ... egal, das macht noch Sch 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 sch... ... wohl noch nicht... ... und dann... ... ... Feuer oder... ... ins Knie... ... wo du das Knie hast... Der Tank-Bullist... ...ehm... ...das darf... ...wär... 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 ...gottes... ...schieß wie hässlich... ...deine Provision... ...pulock der Nase... ...deine Massagen-Drei-Hahn... ...tot... ...oh, du bist... ...bist irrenwürdig, wirklich... ...ok... ...noch einer, der aus Maul will... ...oder? ...oh Gott, zwei Wille noch aus Maul... ...ääh, zwei... ZWEI Wille noch aus Maul... ...guter Deutsch... ...ääh... ...wann hab ich Haltung? ...Vitalkraut... ...ok... ... ...ich halt einfach mal kurz... ...kostet nix... ...oder, vielleicht doch... ...bisschen, aber... ...egal... ...so... ...Karminar... ...du kannst mal nach vorne... ... ...ist mir noch Elektro-Pokémon aus... ...oder... von Pokémon... ...wann sehen... ... ...diese Melodie... ...wirkt nur im Dunkeln wunderbar... ...ja... ...Elektro-Trainer... ...Funk-Pokémon sind meine große Leidenschaft... ...und den Adel und Kugeln... ...die besten überhaupt... ...ok... ...Karri und Andreas... ...oh nein... ...Andreas... ...der Psycho ist da... ...oh... ...Pillipa... ...nein... ...oh... ...Pillipa... ...das krieg' jetzt gar nicht gebraucht... ...ich... ...anion... ...tauschen... ...du musst mal... ... ...ja... ...schaaa... ...he... ...ja... ...scha... ...das kannst du gerne machen... ...du wirst hier nicht eingrüfen... ...häh... ...häh... ...Schnuffler... ...scha die Anion... ...aier mach mal... Äh, ich werde Hans und du machst mal Knirscher. Vielleicht denke ich, dass der andere wieder schon zu macht. Jo. Der hat mich ja gut gehandelt. Niemand macht die Entscheidung. Ach, tut mir ruhig, ich bin das Gleckerl. So, jetzt kommt Krakelo. Oh, man hat nicht so einen Lärm, ey. Boah. Würde ich jetzt auch mal... Nehmen wir mal bis auf... ...das Ding und irgendwas mal... Knirsch auf das. Ha. Genau, und durch die Zeitpunkt. Knirschen die weg. Oh, jaul, nicht rum hier. Mein Gott. So, Krakelo ist tot. Und... ...und... 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 ...du musst auch Knirscher. Was? Das reicht nicht! Es reicht nicht! Nein... ...und... 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 ...so. ... ...und... ...und... So... So, fertig. Ich hab das noch nicht, aber... ...Sandrow... 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 ...Nee, es braucht noch zu mir. Okay. So... ...Sandrow... ...Ach Gott, noch zwei... ...Ich würde sagen... ...Machen wir erstmal Schluss für heute... ...und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Denn danach gehen wir nach... ...Faust... ...Faust... ...Nä... ...Nicht Fisthafen... ...Girreportzeit immer nicht. Bis zum nächsten Mal... ...und tschüss.